Willkommen bei Red Talks oder Willkommen bei Red Talks MML. Das ist einfach ein Kanal der neu in Twitch und ich hoffe sie werden einfach ein bisschen sehen was auf meinem Kanal von Red Talks in YouTube was abgeht und ja wir sind zwei Kanäle das gibt auch einfach MML Production das ist mein Partner Kanal und dann mir Red Talks. Ok jetzt fangen wir an mit Farming Simulator, Landwirtschaft Simulator 17 mit diesem Map Südtiroler Bergwelt. Ja das ist ein schöner Map ich weiß nicht ob sie kennen ich spiele alleine ja leider aber das ist auch egal weil ich finde das einfach auch optimal allein zu spielen. Ok wir fangen an bleiben sie dran ich muss einfach kurz meine Programme einfach niedrig machen und jetzt. Ok ihr könnt schauen auf meinen Kanal über diese Map das ist schon alles vorhanden. Ok jetzt haben wir hier das ok jetzt geht los jawohl das ist dunkel wieder ja und das ist dann übrig eine sehr schöne Mappel so jetzt Wollte ich wieder was machen nee das nicht auch nicht ich wollte weiter mit meiner Feldarbeit oh nee nee so jetzt fangen wir an ich brauche diese zweite Trecker gut diese Mapp das ist eine schöne Mapp und die sich leider allein Arbeit auf manchen Feld vielleicht das gibt auch welche die kann man mit 11 machen aber die ist einfach schön ein bisschen ein bisschen Lichter dann gehen wir ein bisschen Arbeit ich gucke das die Kamera ja jawohl jawohl bin ich schön blablabla blablabla jawohl ok jetzt mal raus und geh mal bei die Fans weil ich hab schon auf meine Let's Play so ich bin schön einfach ein bisschen weit auf diese Map und jetzt ich wollte anfangen jetzt für die Bierproduktion anfangen und das kann man zusammen machen wenn sie wollen schauen und das machen wir auch zusammen ja ich bin ein Newcomer beim Twitch TV ich hoffe ihr werdet auch einfach ein bisschen geduld haben das ist das ist ich muss sagen die Stream Live geht einfach schön gut beim Youtube ihr mal sehen ich hab schon was gestreamt ihr könnt auch einfach schauen über die Video Manager so video kategorie jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit weg gefahren ja schauen sie einfach und auf meinem kanal sowieso bei youtube ist mehr zu sehen gut ich meine ich bin newcomer das ist klar dass ich kann nicht erwarten auf einmal das kommt viel zu schaue das ist auch klar aber ich fange heute an mit twitch tv und mal schauen weil viele sind aus youtube einfach auch beim twitch tv über die stream qualität ich habe keine ahnung gut ich finde das einfach bei youtube ist einfach nicht zu verkehr aber könnte man einfach mal so wie sowieso kann man auch einfach alles ausprobieren das ist meine fälle weil ich sehe nichts mehr mit dem nacht das ist einfach wirklich nicht so einfach zum arbeit aber das schaffen wir vielleicht muss ich einfach auf die andere seite arbeiten so diese mapp sind die rolle mapp das ist ein super mapp wir haben viele möglichkeiten etwas zu machen so bier produktion schnapps produktion croissant käse yoghurt ja das ist ein sehr schöne map aber schauen sie für mehr detail über modester das sind auch verschieden die haben einfach auch diese map vorgestellt ich bin ein der einzige im youtube so ich glaube wir sind zu zweit mit dieser map zum arbeit einfach so zum arbeit zum mitzuspielen zu spiel So. Vielleicht werden wir mal bewechseln. Oh. Und weiter geht's. Ja und heute ist Samstag, ich hoffe das ihr habt doch alle schön eine kleine gute Samstag für den Moment. Bei mir ist alles okay. Ich hoffe das bei euch auch. Gehen gerade zurück, jawoll. Ja ich habe auch keine Ahnung, wann kommen die Leute bei Twitch.tv online. Das ist bestimmt so wie bei Youtube. Das kommt einfach irgendwie ein und er schaut vorbei und oh. Keine Ahnung. Ich mache mich keine Gedanken. Und ich sehe auch das einfach beim Twitch.tv ist einfach auch viel Möglichkeit jetzt verbessern. Aber ich finde das super. Das habe ich gesehen mit Twitch.tv arbeiten und auch beim Youtube hochladen. Das ist auch super. Das sieht man nicht so viel. Wie gesagt. Ich muss bei ihr sehr viel alleine arbeiten und das ist okay. Gut. Und ich muss sagen, dass die Multi-Spieler, diese Map funktioniert nicht so ganz. Aber die 4.0 ist am Arbeit. Aber ich arbeite auch. So ich arbeite nicht. Aber ich bin sehr viel in Kontakt mit diesen Einwohner Entwicklern. Und die letzte Zeit. Ich habe auch keine Neuigkeit. Aber der hat zu mir gesagt, dass die 4.0 ist am Arbeit. Ich glaube ich bin auf dem Ordner Feld, aber das macht nichts. Ich muss sowieso die Ordner Feld auch Arbeit. Ja, ich war auf dem Ordner Feld. Ja, wie gesagt. Nacht ist einfach auf dieser Map. Wirklich nicht so das Top. Das fällt einfach Licht. Oh, Lichtwagen kann ich einfach anstellen. Stimmt doch. Ich habe auch die Mod runtergeladen. Ja, das Problem ist, wer das einfach auch störe durch die Arbeit. Ich habe auch keine Ahnung. Moment. Nix passiert. Nur Benachrichtigungen. Ja, in das Leben jetzt. Aber tausend Benachrichtigungen mit Andys. Mit Andys über Internet, was die Leute posten. Und ja. Damals war das einfach nicht so. Damals war nur SMS gewesen. Aber jetzt mit das Internet, wir sind alle irgendwie verbunden mit den Menschen. Ah, das ist auch super. So, jetzt. Ich habe keine Ahnung. Wo. Was ist jetzt. Fertig oder so. Aber bis jetzt, ich muss sagen, dass die Qualität jetzt von Twitch ist gut. Ah gut. Das gibt manchmal ein paar Drophead-File, aber ich kann nichts dafür. Ich habe auch geguckt, aber vielleicht diese Part wird einfach besser. So, dieser Stream. Ich habe keine Ahnung. Auf dem Moment, ich sehe, dass einfach das läuft super auf meinem Kontrollmonitor. Und wenn das so ist mit Twitch, dann kann ich einfach auch weiterhin mitmachen. Weil am Anfang war ich nicht so begeistert von Twitch TV, aber mittlerweile, das hat sich verbessern. Aber wie gesagt, muss man alles, alles testen. Und ich muss sagen, dass beim Twitch TV ist eine wirklich große Community. Ich hoffe, dass einfach ein Teil von euch, wer einfach auch bei mir anschaut. Aber ich mache mich keine Gedanken. Ich bin auch sowieso ein kleiner YouTube-Kanal für den Moment. Ich habe 38 Abonnent. Aber das ist okay einfach. Ich habe Spaß. Ich mache das nicht wegen Geld oder so. Nein, nein, nein. Ich mache das als Obi. Und ja, ich habe auch Lust. Ich bin auch ein Zocker. Und ich spiele einfach alles, was durch so Kreuz und Queren fahre. Ich brauche nichts. Nein, nein. ja nicht chaos aber sieht man auch nicht so viel also so ich glaube ich habe bald diese feld fertig ah nee nicht so ganz nicht so ganz aber das mal nichts so hopla 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 marot schon ein bisschen so das mal nichts dass ich wieder auf dieselbe stellen ich glaube sie machen durch mit dem feld hier ich schaue noch aber ich sehe nichts ah doch hier ja und diese map hat so viele animationen sie können auch sehen in verschiedenen videos von mir auf meinem kanal die map ist einfach wirklich was besonderes ich glaube sie mal durch jetzt auf dieser feld ich mache nichts okay jetzt gehen wir mal zu dem anderen feld ah das ist die okay das ist die große feld hier was ich habe gekauft das ist die große die 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 oh oh der geht's Ja Iris, die Probleme sieht man auch nicht so viel, aber es geht schön, irgendwie klappt das. Oje, oje, sieht man nicht, aber gut. Wie gesagt, Nacht ist einfach nicht so meine Lieblingssache, aber kann man schön einfach mitmachen. So, oje, oje, da habe ich viel vergessen, ich habe viel vergessen. Oje, oje. Oje, oje. Oje, oje. Oje, oje, oje. Oje, oje, oje. Oje, oje. Oje, oje. Das ist ok, wir sind schon gut dabei auf diesem Feld. Ja und für mich war ich seit einem Samstag Stream einfach, so ich mache immer Stream, normal abends, aber um vorhanden, weil die letzte Zeit mache ich, oh je, ja ich habe ein Problem, ich bleibe seit Ewigkeit auf mein Spiel, ich habe keine Ahnung warum, aber das geht wieder. Das ist kurz unterbrechung, aber gut. So, nochmal ein bisschen zu. So, wir arbeiten sehr langsam, ihr werdet auch einfach auch sagen, aber ich habe keine Wahl. Nacht sieht man einfach nicht so viel und ich kann die Zeit spülen lassen, aber ich meine jetzt bin ich einfach da. Arbeit machen, achte. Sowieso sagt uns keine was. Das ist nicht verboten, nach zu arbeiten bei einem Bauern Land. Ja, ich sehe nichts, das ist wie immer. Aber die Baum, ich glaube, ich werde die einmal wegmachen, weil die stört einfach nicht das Umwelt, aber die stört mich einfach. Zum Arbeit sehe ich einfach nicht so ganz, wo ich bin, aber. Ja und übrig über diese Map, da kann man einfach sehr viele Forstarbeit machen. So, hallo, wo bin ich? Ah, jetzt hier. Und wie gesagt, kann man Gold machen. Ich habe schon ein paar Goldpalettes hergestellt und verkauft. Und ihr sehen, ich habe auch einfach schon ein bisschen was Geld übrig. Ich kann auch das Öt noch machen, dass ich noch mehr Geld habe. Das werden wir einfach auch machen. Ich liebe es auch Leute, da sind in einem Kind. Ja jetzt haben wir ab. Die Bomben tycker nicht. Hög. Danke und leeren Sprache. Das machen wir auch. So und irgendwann, ich werde auch einfach wahrscheinlich auch die Map wechseln, aber für den Moment, ich weiß nicht welche ich sollte nehmen, weil ich möchte gerne auch eine Map so wie diese mit viel Neuigkeiten machen. Gut, zu dem her, die ist bekannt worden alle, ich möchte einfach auch nicht so wie alle dasselbe Projekt machen. Oder ich bleibe auf dieser Map und ich warte auf die 4.0, das kann auch sein, weil diese Map gefällt mir sehr 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 viel und dass ich muss sagen, da mal wirklich einfach Spaß dabei. So, ich habe keine Ahnung wo ich bin jetzt wieder, jawohl. Ja und wie gesagt, ich bin ein kleiner Kanal, ich bin nicht so bekannt bei YouTube. Und ja, mittlerweile, ich streame einfach und ja, ich mache auch Let's Play, aber die Let's Play haben nicht so viele Aufrufe. wie gesagt, wenn sie mal einen kleinen Kanal am Anfang, ist immer schwer, viele Aufrufe zu bekommen. Aber gut, die mittlerweile habe ich streame, die haben auch schon gute Ausrufe. das können sie sehen einfach bei mir auf meinem Kanal, ich habe 211 Videos für den Moment. ich bin seit September letztes Jahr dabei und ja, ist alles okay einfach. Gut, beim Twitch, ich bin gerade neuer Momforn. Mal sehen, vielleicht kommt ein paar Zuschauer von meinem Kanal auf Twitch. Mal sehen, mal sehen. Wie gesagt, YouTube und Twitch ist andere Welt. Aber für die Gaming, ich glaube, das Twitch TV ist einfach mehr dazu geeignet. Muss man auch so sagen. So, jetzt sehe ich nichts mehr. Bin ich fertig hier, oder wie? Ne, nicht ganz. Ah, bald kommt das Licht von den Tagen. So, ich guck nochmal. Ja, hier bin ich. Okay. Ich glaube, dass ich habe jetzt dieses Feld auch fertig. Ja. Gut. Kann man nicht so viel sehen, weil Nacht ist. Gut, aber jetzt. Kleinen Moment. So, kurz, kurz Unterbrechung, weil ein Kollege von mir wollte einfach etwas wiesen. Oh, hier. Oh, hier. So. Wieder Benarrichtigung. Aber unwichtige. Oh. Jetzt muss ich schauen. Obla, obla. Kleinen Moment. Oh, hier ist das. Oh. Oh, hier. Oh. Oh... Oh, hier ist das. avoir trejun. Oh, hier ist das. Oh, hier bin ich. Oh, hier bin ich jetzt. Oh, hier bin ich das. Oh, hier bin ich das. Wir tun, mich dir das hier ist. So, jetzt, sorry für die Störung, aber ich sehe das einfach, es gibt auch kein Online. Ja, wie ihr sehen, ich bin live, dann muss man auch einfach, so, erstmal wo ist das Feld jetzt, ich habe keine Ahnung, nee, irre ist das nicht, drei Feld, und sie sehen, ich bin schon ein bisschen, und wieder schauen nach, wo ist mein dritte Feld. Ah, hier ist das, ok. Jetzt geht's. Es wird auch langsam wieder Ende. Dann kann ich noch schauen, wie das hieß, dann war. Ja, und wie gesagt, machen wir Opfen drauf, das haben wir auch einfach für die Bierproduktion schön was. Aber es gibt immer viel zu tun in der, in dieser Mappe, weil wir haben schön Tiere vorhanden, alle Tiere so, und da muss man immer aufpassen, dass die haben auch einfach noch genug was zu messen, und Zauberkeit, und ja. Wie macht, wie macht, das Bauernleben, und übrig mit großen Geräten, das ist nicht wirklich so empfohlen, auf dieser Mappe. Aber wenn ihr könnt, wenn ihr könnt, wenn ihr könnt, wenn ihr kennt nicht diese Mappe, müssen sie schauen, beim, beim, äh, Mother's Day, oder auf meinem Kanal, und dann, sie werden einfach sehen, wie diese Mappe ist, ein sehr, sehr wunderschöne Mappe. So, ein kleiner Moment. So, jetzt. Wie gesagt, Hier, das ist alles live. So, hier. Machen wir einfach hier. Ich wollte es nicht mehr. Oh, je. Es geht schon los mit meiner Endie jetzt. Okay. Nicht so besadere. Ja, und dieses Stream hier werde ich einfach gerade upload beim Twitch, äh, beim YouTube auf meinem Kanal, und das finde ich auch einfach optimal. Vielleicht, vielleicht seht einfach mich nicht meine Zuschauer da, auf einmal, aber ich, ich werde einfach, äh, wieder beim YouTube streamen. Das ist für mich die erste Mal, dass ich bin, wirklich, wirklich online beim Twitch TV, aber, das wird einfach, mit Sicherheit noch was kommen, einfach mal sehen, wie die Aufruf, Jetzt einfach mal sehen, wie die Aufruf. Ich hoffe es auch, aber ich bin mir nicht sicher. So, ich glaube ich habe ihr jetzt alles fertig. Sowieso machen wir jetzt bis um 3, weil ein Kollege von mir kommt und ja. Da werden wir einfach sehen an anderen Pots, vielleicht die Woche. So, ab nächster Woche. Ich kann euch nicht verraten. So, jetzt. Okay. Alles okay, gut. Jetzt werde ich einfach anpflanzen. Und dem Trecker auch sauber machen. Ja. So, jetzt ist die Frage, wo ist Rogen, äh so, Opfen. Äh, wo kann ich das Set wechseln? Äh, 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 äh. Ich bin auf den. So, ich habe keine Ahnung, wie kann ich einfach wechseln. Zum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie kann ich einfach wechseln meine. Meine. Aber. Ich muss erstmal alles wieder hochfüllen, weil. So, Moment mal. Le. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich kann einfach nicht. Ich will einfach andere, äh. andere Pflanzen. Was. Mal. Ne. Oder muss ich raus, ob die. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie funktionieren die Teile. Alter. So, Moment mal. Moment mal. Klang ne. wo kann ich das wechsel ich bin jetzt verwerte normal ich kann einfach die die wie sagt man dass die die produkte wechsel ich will einfach nicht wieder dasselbe altpflanzen aber ich sehe nichts wie ich kann einfach das wechsel wieder open cover ich habe keine ahnung ok aber das war nichts und was sowieso den pick up ich muss die alles wieder hochfüllen aber erst mal dann komme ich raus weil hier ihre bin ich in dem tiefgarage ja diese mal sie aber haben tiefgarage ich glaube hier muss ich oben oder ja hier oben haha die kurve diese kamera manchmal dies nicht so an fahrzeugen zu bedienen halt jetzt habe ich verstanden ja ok ok jetzt mich raus ja wo muss ich ich muss darüber gehen ich wechsle die perspektive wieder so jetzt jetzt sieht man wissen nicht so ganz alles aber ich muss wieder daran arbeiten mit die kamera und so jetzt so jetzt ok und ihr ihr bin ich richtig jawoll dann kann ich sofort wo ist das die teile die teile ah hier drüber ok 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 quatsche so wo ist das teile dass ich muss wieder auf die ariere Ja, weil das ist mein Dienstwagen, so nicht Dienstwagen, aber ich kann alles auffüllen dabei. Ich werde mal testen, jetzt bin ich raus, dann gehe ich in den Trecker, ich bin zu weit, jetzt bin ich mit dem Jeep gefahren, so mit dem Mercedes. Das fühlt sich aber, jawohl. Okay, und die Fertilisator muss ich wieder auffüllen. Ja, dieses Teil ruht schon am Ende. Oh, jetzt. Okay. Ah, jetzt. Jetzt muss ich wieder rückwärts. Okay. Ja, ich rutsche mit dem Teil, ich weiß auch nicht warum. Oh, da war ein Zuschauer. Okay. So, wie kann ich das machen? Jetzt ist die Frage. Ich muss... Panel Up Window... Nee. Turn On. Tja, ich habe keine Ahnung wie ich kann einfach das teilen, mit dem Teil... ... die Planzo, die Planzeproduktwechsel. Das muss einfach normal gehen, oder? Nee. Moment mal. Fünf, sechs, acht. Hier, ein kurzer Überblick auf die Mappe. Aber ich sehe nichts. Ich kann... B, das ist klar. Ich mache das einfach Teil an. V, C, nee. Ich habe keine Ahnung wie das funktioniert wieder. Okay, das macht noch nichts. Ich werde einfach eine neue... Trecker holen und eine neue. Und die machen wir auf die Seite irgendwo. Ja, machen wir hier auf die Seite. Das ich kann den auch einfach benutzen, wenn ich will. Oder, nee. Machen wir den gerade in die Garage einfach, in die Halle. Oh, nee, oh, nee. Und dann werde ich sagen, ich bin jetzt der Stream hier. Ja, wie gesagt, das war trotzdem ein Zuschauer bei Twitch TV. Das ist der Anfang, aber... Wie gesagt, ich bin ein kleiner Kanal und... Da brauche ich vielleicht etwas Zeit, bis das sich etwas einfach entwickelt. Aber gut. Jetzt raus. Okay. Ich belab mich für zu schauen. Und wie gesagt... Wir machen uns wieder so einen Livestream beim Twitch TV. In die nächste... Ich weiß nicht wann, aber... Irgendwann. Das kommt wieder. Aber ich belab mich noch und... Viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, schöne Wochen. Und... Ciao.